Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wochenprognose im Zeitraum von 9. Oktober 2017 bis 15. Oktober 2017 Wir werden neue Ideen haben oder wir bekommen Einflüsse von außen und das bringt uns zu neuen Ideen. Also wir haben Vorhaben, wir möchten etwas erreichen und wir können unsere Ziele erreichen, aber wir brauchen ein Fundament dazu oder ein Plan, wie bauen wir das aus und das ist die Zeitqualität in den kommenden Tagen. Wir brauchen einen festen Boden dazu. Das bedeutet, eine Idee, ein Gedanke setzen wir als Ziel und dieses Ziel ist erreichbar, aber wir können nicht schnell handeln. Wir können auch nicht rasch vorangehen, sondern wir brauchen einen Bauplan dazu, zu unserem Vorhaben und anfangen, dieses Fundament zu befestigen. Das kann die berufliche Situation betreffen, das kann die Partnerschaft betreffen, das kann die wohnliche Situation betreffen. Das bedeutet, in allen Lebensbereichen wirkt diese Energie und wir dürfen nicht schnell unüberlegt handeln, sondern klug alles ganz gut überlegen und planen. Es sind auch keine Hindernisse, also diese Ziele sind auch erreichbar und führt auch zum Erfolg. Aber die ersten Schritte zählen und diese Boden sollen wir auch befestigen. Und das war mein Wochenorakel, diese Botschaft. Haben Sie Interesse Ihrer persönlichen Botschaft erhalten, dann können Sie gerne als Blitzberatung buchen. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung at denderasusannamedici.com Und pro Frage, pro Themen ist mein Honorar beträgt 10 Euro. Und ich werde diese E-Mails persönlich blitzschnell beantworten. Und ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich blitzschnell. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.